Hallo Leute, was geht? Herzlich Willkommen und wunderschönen guten Abend. Ich weiß, das Video heute wird noch etwas später sein, als so wie wir es eigentlich kennen, aber das neue Update ist heute gegen 19 Uhr rausgekommen ungefähr und ich wollte euch gerne, bevor ihr vielleicht schlafen geht, noch alles mit auf den Weg gehen. Es gibt nämlich so ein, zwei Infos bei den Patch, beziehungsweise beim Update, was in den Patch Notes nicht mit Rimme steht. Es gibt eine riesige Änderung bei Blackout, es gibt eine richtig fette Ankündigung, wie ihr vielleicht euren ersten Sieg im Blackout demnächst schaffen könnt, wenn ihr es bisher noch nicht geschafft habt. Es gibt im Multiplayer zwei Changes, die so nicht bekannt sind und es gibt ein neues Perk im Multiplayer, was jetzt mit reingepatcht wurde, aber noch nicht aktiv ist und noch nicht zu sehen ist. Dazu haben wir ein, zwei Änderungen bei Zombies, aber da ich bei Zombies leider gar keine Ahnung habe, werde ich dazu nichts sagen, denn ich könnte euch jetzt vorlesen, was da steht, aber mehr könnt ihr euch nicht sagen und verstehen will ich davon gar nichts. Der erste wichtige Patch, wir haben zwei Änderungen an den Perks, die wir aktuell im Multiplayer haben. Unter anderem ist einer der ersten Changes, eine der ersten Änderungen dort, dass Team Link jetzt ein bisschen mehr Liebe bekommen hat. Team Link funktioniert ja eigentlich so, dass ihr eure Teammates gerade in Hardcore durch die Wände sehen könnt und dass wenn euer Teammate einen Gegner sieht, der Radius für das ganze Team damit größer wird. Jetzt haben sie so gemacht, dass der Radius, in dem du einen Gegner um dich herum sehen kannst, auf der Karte nicht mehr knapp 90 Grad ist und so im Kegel, wie es vorher war, sondern 360 Grad, wenn man Team Link aktiviert hat. Dazu kommt, dass der Radius davon, von der Reichweite her, ungefähr bei 9 Metern liegt, statt vorher bei 7 Metern. Für den Multiplayer wird das, um ehrlich zu sein, keinen großen Unterschied machen, das muss man so sagen, Team Link ist eigentlich nur wirklich hilfreich für Hardcore, ist aber vielleicht für alle interessant, wenn sie doch mal Team Link ausprobieren wollen. Das Zweite, was vielleicht auch eher für Casual Players ganz interessant ist, ich persönlich rate euch jetzt schon davon ab, nehmt sowas wie Kaltblütig niemals mit. Kaltblütig hat ja im Prinzip den Sinn, dass wenn eine Scorestreak oben ist, ein Kampfheli, ein Scharfschützen, ein Mantis, dass das euch nicht sofort anvisiert. Es macht aber keinen Sinn, dieses Perk immer in jeder Klasse dabei zu haben von Anfang an, denn wenn ihr auf eine Map joint, sind keine Streaks in der Luft. Das heißt, ihr lauft die ganze Zeit rum, bis vielleicht mal Streaks kommen, was vielleicht auch gar nicht passiert, und habt die ganze Zeit einen Perk verschwendet. Auf jeden Fall ist die Anvisiertzeit von den gegnerischen Streaks auf Kaltblütig, wenn ihr das Perk habt, jetzt von 5 Sekunden auf 7 Sekunden erhöht. Ob einem das jetzt unbedingt einen großen Unterschied macht, müsst ihr selber testen, ist aber ganz interessant, dass sie sich da nochmal herangesetzt haben. Insgesamt ist es sehr, sehr enttäuschend, was im Multiplayer reingekommen ist, bis auf zwei Sachen. Das allererste, es gibt ein neues Perk, was demnächst aktiviert werden soll, und dieses Perk heißt Sanitäter, ich habe das vor Wochen schon mal angekündigt. Sanitäter bewirkt folgendes, wenn es ausgerüstet ist, könnt ihr euch selber nicht mehr heilen, das heißt Steam Injection, alles geht nicht mehr, ihr werdet automatisch geheilt, so wie man das aus allen anderen CODs aus der Vergangenheit auch kennt. Ob das nachher gut funktioniert, ob man sich schnell heilt oder langsam heilt, kann ich nicht sagen, ich habe es noch nicht ausgetestet, ist aber auf Reddit heute noch bestätigt worden, dass es jetzt im Update mit drin ist und irgendwann im Laufe der nächsten Tage oder ein, zwei Wochen freigeschaltet wird. Vielleicht ist es auch ein Perk, was erstmal nur im Blackout rankommt, ich kann es euch nicht sagen, genauso wie die Sense ja im Blackout verfügbar ist für Season Pass Holders, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Sense auch im Multiplayer nochmal kommt. Dann haben wir noch eine Änderung im Multiplayer und zwar die beiden Rotationsmaps sind jetzt in der Rotation, Madagaskar und Elevator, die sind nur für Black Ops Pass Holders da, die kann man jetzt in jedem Modus spielen, also unter anderem auch in Hardcore, das ging vorher nur in dem vorgestellten Modi, auch da rate ich persönlich immer davon ab, den Season Pass würde ich sowieso nicht nehmen, viel zu teuer, ihr wisst vor dem COD immer nicht, was ihr bekommt, das COD kann scheiße sein, dann habt ihr 80, 90, 100 Euro mehr ausgegeben und diese ganzen bezahlten DLC Karten, die man so bekommt, sind immer ein Problem, weil das wirklich schlechte Connections dabei immer sind, diese DLC Karten laufen immer über andere Server. Deshalb kann ich euch nur davon abraten, diese DLC Maps überhaupt runter zu laden und den Season Pass zu holen, am Ende des Tages ist es aber eure eigene Entscheidung. Das nächste, was wir als, ich sag mal, Änderungen im Multiplayer haben, ist eigentlich nur die Ankündigung, dass die Waffen noch mal etwas gebalanced werden sollen. Das wird nächste Woche hoffentlich soweit passieren mit Update 1.12 und wir haben noch einen Spezialisten-Nerf und zwar Zero wurde ein bisschen, ich sag mal, wieder nach unten korrigiert. Wenn sie den Eispickel vorher benutzt hat, konntet ihr keine Streaks mehr rufen. Das hat sich jetzt erledigt. Das heißt, selbst wenn ihr von Zero gehackt seid, könnt ihr eure Streaks währenddessen immer noch rufen. Nicht nur währenddessen sie euch hackt, sondern vor allen Dingen, während ihr gehackt seid. Macht keinen großen Unterschied. Das Problem mit Zero an und für sich bleibt immer noch. Früher ist man belohnt worden, wenn man Streaks erreicht hat, weil man dafür Kills machen musste. Jetzt kriegt man die Streaks, weil man Spezialisten spielt und tschüss und nichts dafür tun brauchte. Großartig zufrieden bin ich damit nicht, aber wir müssen damit leben. Die größten Änderungen, die wir im Prinzip dieses Mal, diese Woche haben, sind immerhin schon wieder 11 GB und ich muss ganz ehrlich sagen, 11 GB ist nicht so wenig. In Blackout haben wir drei große Änderungen. Die erste Änderung, wollt ihr in Zukunft im Blackout die Möglichkeit haben, Siege zu holen und habt das bisher noch nicht geschafft. Solo, Du, Squad. Ab dem 17. Januar bis zum 24. Januar wird Blackout for free sein. Das heißt, für jenen, der kein Blackouts 4 hat, das ist die Chance, Blackout mal anzutesten. Natürlich werden viele Noobs dazu kommen, viele Anfänger, das ist nicht despektierlich gemeint, aber viele, die mit COD vielleicht gar nichts anfangen können und eher sowas wie Fortnite nur spielen, werden aber natürlich dieses Angebot bekommen und sehen und werden sich vielleicht Blackout runterladen. Die werden das erste Mal Blackout spielen, das zweite Mal. Es ist wie Weihnachts-Snoobs im Prinzip. Anfänger, die einfach zu einer bestimmten Zeit dazukommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die werden sich das in der Regel, ich sag mal, weil Blackout ja wirklich ein toller Modus ist, auch wenn er ein, zwei Probleme hat, dieses Spiel später wirklich kaufen, wenn es nicht mehr for free ist. Was wiederum bedeutet, ihr habt viele Anfänger über 3-4 Wochen, die man zerstören kann. Finde ich gar nicht so schlecht, gefällt mir, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die zweite Sache, es wurden die Concussions, also die Blendgranaten genervt. Vorher konntet ihr immer 2 Stück pro Inventarslot mitnehmen, jetzt mittlerweile könnt ihr nur noch 1 pro Inventarslot mitnehmen, also 10 Flashgranaten, dann ist euer Inventar im Prinzip voll, vorher hattet ihr noch die Hälfte für Heilung und sonst was übrig. Warum man diese Flashgranaten nicht endlich so machen kann, wie sie sich gehören, nämlich so wie man das von früher kennt, man war gestunnt, aber man konnte sich wenigstens noch bewegen, ich kann es euch nicht sagen, das hat Gründe, ich bin da außen vor. Ich verstehe auch nicht, warum die 9 Knall rausgenommen wurde, anstatt man einfach den Effekt so macht, wie von Flashgranaten früher. Es macht nur keinen Sinn, dass man 10 Sekunden geflasht ist, sich nicht bewegen kann, nicht schießen kann, nicht ducken kann, nicht laufen kann, kein gar nichts. Das macht keinen Sinn, das ist ein unfairer Vorteil und es gibt zwar das Perk verstärkt, was im Blackout dagegen hilft, aber dieses Perk läuft nur 2 Minuten und man weiß ja nie, wann man geflasht wird, leider sagt der Gegner es vorher nicht. Da auf jeden Fall jetzt der kleine Nerf, man kann nur noch eine Flash mitnehmen, also eine Concussion anstatt 2 pro Slot, ist immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zusätzlich kommt die Änderung, dass jetzt das Loot-System verbessert wurde, ihr kennt das bestimmt alle von früher, man hat nach links gelootet, nach rechts gelootet, irgendwann ging es nicht mehr nach links, dann musste man ganz durch das Loot-System durch, bis man irgendwann die Munition rechts gefunden hat, den kam man nicht mehr zurück, dann musste man sich umdrehen, musste wieder, es hat Ewigkeiten gedauert, es war eines der schlechtesten Loot-Systeme, was ich je gesehen habe und ich habe H1Z1, PUBG, ich habe alles wenigstens einmal kurz angespielt. Das ist jetzt verbessert, wir haben auf 3 Reihen, A5 Slots, die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, welche Waffe ist da, welche Muni ist da, wir können direkt zu den Perks vorswitchen, zu den Aufsätzen, zu allem und bisher konnte man auch nicht sehen, ob die Rüstung, die man aufnehmen möchte, vom Gegner oder wo auch immer sie war, besser war, als die vom Zustand her, die man selber hat. Das hat sich jetzt auch Gott sei Dank erledigt, man kann jetzt direkt auf einen Blick sehen, ob die Rüstung vom Gegner im besseren Zustand oder schlechteren Zustand ist. Das erspart beim Looting wirklich sehr, sehr viel Zeit und ist hilfreich. Bisher waren alle, die am PC gespielt haben, bei Blackout definitiv im Vorteil, was das Ganze anging, denn da hatte man immer den Vorteil, dass man mit Maus und Tastatur natürlich viel schneller durch das Inventar eines toten Spielers durchkam, als vorher. Dann gibt es noch eine riesige Änderung und eine Ankündigung für Blackout und da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt ist. Und zwar gibt es eine neue, zeitlich begrenzte Playlist, wahrscheinlich ab Donnerstag oder Freitag. Das ist der Wahnsinn, Leute. Diese Playlist ist für Teams, also Duo oder Squad und hat im Prinzip den Namen Down but not dead. Das heißt, ihr seid zwar down, ihr seid unten auf dem Boden, ihr seid getötet worden, aber ihr seid noch nicht endgültig tot. Was dieser Modus bewirkt, ist folgendes. Nachdem jede Zone, einmal, also nach jeder Zone, wenn sie da angekommen ist, wo sie hin soll, er ist groß und immer kleiner, werden alle eure Teammates wiederbelebt, solange einer aus dem Team überlebt. Das heißt, wenn ihr mit drei Kumpels spielt und drei von euren Teammates sind in der ersten Zone gestorben und überlebt die erste Zone, werden alle drei Teammates wiederbelebt. Das gibt natürlich bestimmt ein riesiges Chaos ab einer bestimmten Zone. Stell dir vor, zehn Leute sind noch übrig, aber aus zehn verschiedenen Teams in der letzten Zone. Wenn die Zone ankommt, werden 30 Leute neu belebt. 10 mal 3, 30. Das heißt, statt zehn sind es plötzlich 50 Leute auf engstem Raum. Ich weiß nicht, wo sie gespawnt werden, ich weiß nicht, wie sie gespawnt werden. Das ist auf jeden Fall ein Modus, da freue ich mich sehr drauf. Den werde ich auch definitiv ein, zwei Mal im Stream spielen. Ob der jetzt gut umgesetzt ist oder nicht, wird sich dann zeigen. Dann haben wir noch zwei, drei Änderungen beim Zombie-Modus, die finde ich aber wirklich, wie ich sagen muss, einfach nicht realistisch umsetzbar für mich, deswegen lasse ich euch da raus. Jetzt denkt bitte dran, Samstag ist das Blackout-Turnier, jetzt genau zuhören. Es wird relativ einfach sein. Morgen kriegt ihr noch ein klares, ausführliches Video darüber. Ich sage es nur einmal kurz, alle Duos sind erlaubt, egal ob Pro oder nicht Pro. Ich habe auch Garnelite heute angeschrieben, weil er unbedingt im Duo Blackout spielen möchte. Ihr spielt jeweils im Duo, ihr springt mit mir als Squad ab, spielt aber zwei gegen Squads dann. Es gibt verschiedene Punkte für verschiedene Herausforderungen und für Kills und für Siege. Und die fünf besten Duo-Teams kommen nachher in einem privaten Match mit zwei gegen zwei gegen zwei gegen zwei gegen zwei und mir als Kommentator in eine private Lobby und dort drei Runden und dann wird entschieden, wer am Ende am meisten Punkte und Wins hat. Das wird ziemlich spannend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Umsetzung klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es gibt auch ein Preisgeld für die ersten drei. Jeweils insgesamt, also insgesamt 75 Euro. Die ersten beiden gewinnen 50 und das zweite Team gewinnt dann 25. So hat auch jeder wirklich noch ein bisschen Anreiz neben dem Spaß. Ich hoffe, euch hat das heute irgendwie geholfen, dass ihr wisst, was jetzt in diesem Update rausgekommen ist. 11 GB ist ja gar nicht so wenig und hoffen wir darauf, dass die Titanbyte gepatcht wird. Ha, passiert eh nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schlaf gut und räumt von mir.